Ja, ihr wisst, dass ich noch ausfühle, ne? Naja, tausend sechs große gemischte Salate. Offen. Naja, ab und zu. Also, das Gehirn ist fast nicht geschlossen. Ich weiß, ich habe das eben, ja, das muss ich jetzt aber auch erst mal klären, ne? Also, das mag ich mal aus. Das ist, naja, gut. Aber echt insgesamt. Ja, Heiko. Ich habe von der Nominierung gehört, was wirklich schwierig ist, weil ich ganz woanders und dann genau in einem anderen Zeitbild... Also, du bist längst tot jetzt und, naja, das sind ein paar hundert Jahre später. Aber du wirst es natürlich sehen, weil du jetzt nicht längst tot bist. Aber natürlich wird es sich irgendwann auf Facebook erreichen. Ich bin 42.000 Lichtjahre von der Erde entfernt auf einem ganz bestimmten Mond, eines ganz bestimmten Gasplanets mit chicken ring. Man sollte es selber wissen. So, jetzt lege ich mir mal das Mikrofon dahin, wo ich den meisten Bumps habe. Nämlich, da hin. Ja, Gitarre habe ich auch. Also, eigentlich, das wollte ich erst mal machen. Ich bin ein Creep-Spiel, weil ich so viele von... Ich nenne diese durchgeknallten, gemischten Salate natürlich Creeps. Also, hier in der Nähe ist eine Welt oben Basis, hier gibt es ja leichte Nebenwäsche. Ich hoffe jetzt, habe ich genau tief fünf Minuten erreicht, dass es nicht so gut ist. Also, Brian Seltzer von Strick gets Downs geschrieben. Ähm, bei Gunstern. Moment. Nicht die an der Schwerkraft? Okay. Musik 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 Untertitelung des ZDF, 2020 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 Untertitelung des ZDF, 2020